Hey Leute, was geht ab und willkommen zu diesem neuen Video. Aus meiner Sicht ist das iPhone XR ein richtiges Einsteiger-iPhone oder auch iPhone für jedermann. Doch ihr kennt das sicherlich, wenn man ein neues teures iPhone hat, möchte man es ja auch schützen. Vor allem wenn ich sehe wie teuer es wird, wenn das Display einmal gebrochen ist. Doch wenn wir mal ehrlich sind, ist so ein iPhone XR besonders spannend aufgrund der Farben und des Aussehens. Ich meine, sonst könnte man ja auch ein iPhone X oder ein iPhone XS nehmen. Aber das Problem ist, wenn man es schützen möchte, wird es dann immer gleich so globig mit dicken Cases. Ich habe ja in letzter Zeit schon mal mit der Firma Glass zusammengearbeitet und die haben jetzt etwas total Neues. Denn während die meisten normalen Panzerglasfolien aus Plastik bestehen, gibt es beim Glass Hybrid eine Kombination aus echtem Glas, aber an den Kanten ist das ein Verbundmaterial. Das sorgt dafür, dass das Glas noch stabiler ist und insbesondere vor Stürzen besser hält. Außerdem ist es sehr flexibel, sodass man auch keine Probleme mit Hüllen oder auch Handyhalterungen bekommt. Glass ist auch bekannt dafür, dass das Panzerglas zwar sehr stabil ist, aber mit nur 0,2 mm beim Hybrid und sogar nur 0,25 mm beim normalen Panzerglas auch extrem dünn ist. Allerdings besteht ja nicht nur die Vorderseite beim iPhone XR aus Glas, sondern auch auf der Rückseite findet man nur noch Glas. Und ich habe mal bei Apple auf der Seite geschaut und so ein Schaden kostet dann tatsächlich 431,10 Euro. Das wäre natürlich dann sehr schade, aber Glass hat nämlich auch einen Schutz für das Glas auf der Rückseite. Übrigens gibt es gerade eine Art Black Friday Aktion. Das Ganze gilt bis 27.11. Ihr bekommt gerade beim Glass Online Shop 25% auf alle Produkte. Schaut also einfach mal rein. Zum Glück wird auch alles mitgeliefert, was man zum Anbringen braucht. Im Lieferumfang befindet sich zum Beispiel auch ein Applikator. Der sorgt nämlich dafür, dass das Panzerglas keinerlei Luftblasen zulässt. Außerdem gibt es ein Alkoholreinigungstuch, ein Mikrofasertuch, ein Dustabsorber und ein Kunststoffschaber, der mitgeliefert wird. Die Installation ist total easy. Erst sollte man das Display gründlich mit dem Alkoholtuch reinigen, dann mit dem Mikrofasertuch drüberwischen und mit dem Aufkleber einfach die letzten Reste entfernen. Jetzt kann man den Applikator auf das iPhone legen, bis er einrastet. Der sorgt dafür, dass das Hybrid-Panzerglas perfekt auf dem iPhone sitzt, wenn man ihn einfach wie hier von oben nach unten drauflegt. Man muss nur kurz warten, bis das Glas-Hybrid sich festgezogen hat. Danach kann man den Applikator wieder abnehmen. Es können noch immer kleine Luftblasen an den Ecken sein. Dann geht man gegebenenfalls einfach mit mitgelieferten Plastikschaber drüber und schon sitzt es perfekt. Was aber ziemlich genial ist, ist die Art und Weise, wie Glass das 2,5D-Problem beim iPhone gelöst hat. Denn dort ist das Display an der Seite abgerundet, weswegen die meisten billigen Panzerglasfolien nicht die gesamte Front bedecken. Glass geht da einen anderen Weg, nämlich wird das Hybrid-Panzerglas an den Rändern genauso abgerundet und greift quasi um das Display herum. Einfach genial, denn das Panzerglas ist praktisch unsichtbar. Selbstverständlich gibt es dann keinerlei Einschränkungen, was die Funktion angeht. Alle Sensoren für Face ID funktionieren genauso wie 3D-Touch und so weiter. Auf die gleiche Art und Weise wird übrigens das Glas auf der Rückseite angebracht. Da ist es aber etwas mehr sichtbar, gerade dann, wenn man ein helles iPhone hat, weil der Rahmen einfach schwarz gehalten ist. Wie ihr aber schon sehen könnt, ist das nahezu eine unsichtbare Geschichte. Und ich bin jetzt eher so ein Typ, ich kaufe mir das Handy ja natürlich auch, weil es so aussieht. Ich bin kein großer Fan von Hüllen oder so und mit dem Glass Hybrid kann man das iPhone ebenso nutzen, als wäre da nichts drauf. Allerdings hat die Sache auch einen Haken, denn das ist jetzt kein billiger China-Schrott oder so, was man halt auf Ebay findet. Das ist eine extrem hochwertige Panzerglasfolie, die man so kein zweites Mal findet. Qualität hat nun mal seinen Preis. Aber wie ich schon im Vorfeld angekündigt habe, habe ich euch ein paar von diesen Hüllen, die ich hier verlosen kann. Aber bitte denkt daran, dass es eben nur für das iPhone XR gibt. Also schreibt mir einfach einen Kommentar mit dem Hashtag Glass, dann weiß ich Bescheid, dass ihr ein iPhone besitzt und schon seid ihr dabei. Teilnahmeschluss ist natürlich nächste Woche Samstag und ich kommentiere dann einfach euren Kommentar, wenn ihr gewonnen habt. Weil das bei YouTube einfach keine Nachrichtenfunktion mehr hat. Also Leute, das war es von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin. Sehe. Bis dahin. 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 Bis zum nächsten Mal.